Ich glaube es auch nicht, Alter. Was ist hier los? Loll. Genau. Alter, ein Heli? Fuck. Okay, Heli-Sound. Loll. So. Let's go. Let's go. Heyho, let's go. So, moin. Da sind wir wieder. Die Piraten greifen heute Drogenfelder an. Sie haben Bomben gelegt. Wir entschärfen sie. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Blitzkrieg! Jetzt ernsthaft? Was? Blitzkrieg? Ich folge dem einfach mal, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Der wird dann irgendwann schon losballern. Es gab einen Kampf. Ja. Er rennt erstmal voll durch die Flammen. Super. Ich entschärfe die Bombe. Deck mich! Ja, entschärfe doch mal. Ein bisschen schneller, Alter. Ich verstehe nicht. Oh, scheiße. So, der ist weg. Ich meine, Pumpe... Pumpe ist sowieso am geilsten, ne? Ja, also... Bin schon wieder komplett los hier, ey. Junge, was ist denn hier los? Wo sind denn die? Fertig? Fertig. Klingt gut. 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 Gut, 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 gut. So, weiter geht's. Ich muss nur mal gucken, dass der... Dass ich meine andere Waffe hier noch nehme, weil das nervt mich schon wieder mega. Ich kann da gar nicht lang, Alter. Hier facken alles ab. Wo ist denn der Typ? Ach, da. Hä? Der ist doch eben rausgekommen, oder? Ich würde gerne nur über die Leichen rüberrennen und dann das Zeug einsammeln. Das wäre doch mal nice. Ja, ist doch gut. Bruder. Da war einer. Hä? Ein Dach ist der? Wo ist er denn? Da. Oder soll ich aufs Dach? Ich kann auch aufs Dach. Warum nicht? Gibt es denn geschützt oder so? Natürlich nicht. Jetzt müsste ich den nur noch treffen, ne? Ja, da bin ich mit der Pumpe besser gefahren, Alter. Also, Granaten sind jetzt auch nicht so effektiv, sag ich mal. Wo ist denn der? So, 2 ist fertig, oder was? Bitte, die Resting. Das muss irgendwo ein Sniper sein. Eben, ähm... Da hinten. So, zurück. Zur Pumpe. Die rennen aber auch immer. Manchmal haben wir auch komische Wege hier. Da muss noch einer sein. Ja, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal hier. Alter, ich renne da jetzt hin. Ich hab die Schnauze voll mit den... Voll schmacklos hier. Bekomm das sonst nicht so hin, ne? Da brennt irgendwas. Achso, das ist was hochgegangen. Cool. Oh, da ist ein Digger. Jetzt weiß ich auch, warum ich die an das Geschütz sollte. Gegen den Dicken. Weil der ist dann richtig schnell weg. Irgendwie muss direkt einer neben mir stehen, kann das sein? Hier. Ich glaub's auch nicht, Alter. So, was ist hier los? Lol. Genau. Was? Alter, ein Heli? Fuck. Okay, Heli-Sound. Null. Fertig? Tötet ihr die restlichen Piraten? Ich seh gar keine restlichen Piraten. Sprich mit Sam. Okay. Das klingt doch schon mal vielversprechend hier. Ach, die Packs. Geil. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich berichte heute, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja. Nochmal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbau-Kolonie in der Schlucht. Okay. Ich seh's mir an. Und denk an die Fotos von den Schuldigen. Hm. Erfolg. Die Situation. Okay. Deep Throat. Ja, Deep Throat hört sich doch schon mal gut an. Erkunde die Insel oder geh zur Schlucht, wenn du bereit bist. Oh. Oha. Freunde, ich glaube, das ist das Finale. So, 200 Meter. Da können wir hinjoggen. Das ist nicht ganz so weit weg. Und dann schauen wir mal, was uns diese Mission sagt. Ob es schon die letzte Mission ist. Ja. Keine Ahnung. So. Oder ob es hier so eine Teilmission ist, wie mit dem Dolch. So. Das wurde gerade gespeichert. Und da sind wir. Das ist der Orson. Wie. Dann mach ich mal ein paar Fotos von den Anführern. Fotos von den Anführern? Das ist meine Mission? Ich guck mal, ob ich da drüben... Aber ich glaube, ich muss da wirklich rangehen, ne? Ach, das Missionsgebiet. Kehre zum Ziel zurück, ja. Okay. Nee, die erreiche ich so nicht. Da muss ich wirklich rein, da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na? So. Die Frage ist ja, ob ich das von oben mache oder von unten, ne? Ach, ich glaube, ich muss hier runter. Gut, dann gehen wir da mal rein. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal da drüben. Guck mal, da stehen schon zwei. Den einen kann ich gar nicht markieren. Gucken wir mal da drüben. Ich bringe das Lager ein, ohne Alarm auszulösen. Hä? Äh. Soll ich es so tun? Es wäre egal, wie viele Ziele du siehst. Du schießt erst, wenn ich es sage. Schießen ist mein Job, oder nicht? Okay, ich schieße. Gut, dann gehe ich mal da hoch. Gut, die tun mir nichts. Ich muss jetzt hier hin und her sliden, so wie es aussieht. Ähm, ja. Aber warum sollte ich denn jetzt darüber sliden? Achso, weil ich sonst nicht darüber gekommen wäre. Gut, dann machen wir das mal. Ich glaube, ich muss weit entfernt von denen sein. Also ich darf nicht zu nah an die ran. Sonst kriegen die mich. Einmal da hoch. Hier ist ein guter Beobachtungspunkt. Gehen wir mit. Geld nehmen wir auch mit. Äh, hier ist ein guter Beobachtungspunkt. Ja, das kann sein. Aber ich bin ja immer noch nicht am Ziel. Gut, dann ist hier der gute Beobachtungspunkt. Dann schauen wir mal. Ob wir hier irgendwas sehen. Da sehe ich nichts. Oh, da drüben. Guck mal. Ah. Mach ein Foto. Ähm. Huff. Hab ich. Ach, wenn's gelb ist, muss ich's machen. Jetzt. Jetzt. Wie soll ich denn den sprengen, Alter? Ist das richtig hier? Guck mal. Ähm. Lass mich mal durch hier. Okay, jetzt wird's gefährlich. Weil jetzt nehme ich die Panzerfaust. Wer hast du da grad? Oh, da ist ein Alarm, Alter. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich hier ein bisschen eingekesselt. Gut, dass ich ihn auch aufgerüstet habe mit mir die Kids. Junge, warum willst du nicht sterben? Gut. Verräter hat der mich genannt? Kein Verräter, Junge. Ein Special Agent Mulder. Mulder. Das gibt's doch nicht, Alter. Stirb. So. Und jetzt hindere die Piraten daran wegzufahren. Achso, ich muss die Brücke wahrscheinlich kaputt machen. Äh, nee. Fahr nochmal. Auch nicht? Okay. Dann funktioniert das nicht. Dann muss ich hier irgendwie... ...versuchen... ...da langzukommen. Das wär der beste... ...Weg gewesen, mal diese... ...Trophäe zu holen, da, ne? Okay, und jetzt? Soll ich da rüberjumpen? Nee, von glaub ich da rüberkommt. Gut, das war wohl richtig. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Okay. Aber ich muss trotzdem hoch, ne? Ich muss trotzdem hoch, ja. Das ist schon mal richtig hier. Pass nochmal, Medikit. Nehmen wir mit. Das Medikit? Nehmen wir mit. So. Hä, wo ist denn hier einer? Muss ich jetzt da rüber? So ist. Bruder. Der war knapp. Warum hat der denn den nicht abgeballert, Alter? Ich hab doch richtig viel... ...Äh, Zeug da reingehauen. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang? Oh, hier ist nochmal ne Weste. Geil. Geld. Oh, 29 Dollar. 25 Dollar. Das wird ja immer weniger. Alter. Granatier. Schrodi. Ein bisschen Leichenplünder muss schon sein, ne? Muss man mal ein bisschen... Da kann man... Oh, oder? Ne. Hier weiter. Ja, Treffen ist immer so ne Sache, ne? Treffen ist echt immer so ne Sache hier bei den Kollegen. Ne, sieht nicht so aus, als wenn ich die hochjagen müsste. Du hast nochmal ein Medikid. Geld. 16 und 20. Muni. Ah, wo geht's hier weiter? Das ist die Frage. Ah, hier drüben. Hippie. Tschung. So, kommen wir hier nochmal rein. Nichts. Oh, hier ist ein Alarm, guck mal. Die müssen wir gleich mal deaktivieren. Sonst haben wir hier gleich... Hat die aber auch nicht gekillt, Alter. Alle. Verstehe ich denn wiederum nicht. Alarm! Ich bin gleich tot, ey. Das ist immer so knapp. Das ist immer so knapp, ey. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt bin ich hier. Was mach ich hier? Ich mach mal die killen hier auf jeden Fall. Okay, der hat die Liste, ne? Kann das sein? Ich brauche. Das sieht nicht gut aus. Ich hau besser mal ab. Äh. Wo kommen die denn alle her? Wir sind hier nicht gäbe. Nein! Springe von der Brücke, um den Söldnern zu entkommen. Soll ich jetzt wirklich von der Brücke springen? Ah, dann spring ich da einfach mal von der Brücke. Tschüss! Und jetzt abhauen, oder was? Ich hau einfach mal ab. Hinter mir ist noch ein Punkt. Ich weiß nicht warum. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Ich habe schon gedacht, das wäre die letzte Mission. Sam ruft an. Ich habe die Personalliste. Gut. Ich sage heute Bescheid. Also rechne mit einem Treffen. Spiel deine Rolle. Und zeige dich am Tor zu seinem Stützpunkt. Mhm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020